Das fängt super an mit der Reise. Das Team aus München hat drei Stunden Verspätung wegen Hochwasser, Buschbränden am Bahnrand. In Berlin steht alles still wegen Obamas Besuch und ich suche jetzt gerade im Bahnhof Berlin die SIG-Station, wo wir unseren Wagen ausleihen können. Kann nur besser werden, würde ich sagen. Ich bin mal gespannt, ob wir heute noch irgendwo hinkommen.